Was ist der entscheidende Punkt, um den sich das dreht? Weil ich immer wieder höre, dass es Probleme gibt, zu verstehen, wie das funktioniert, zu korrigieren, wie korrigiere ich richtig. Für viele ist der Knackpunkt nicht klar. Und um ehrlich zu sein, mir war bis heute oder bis eben auch nicht genau klar, warum das nicht verstanden wird oder warum das so schwerfällt, das in die Praxis umzusetzen. Und in diesem Audiobeitrag wirst du es auf den Punkt erfahren, worum es geht. Und wenn du das hörst, wird dir das ehrliche Mitteilen danach klar sein und du wirst ganz klar sehen können, wie vorzugehen ist und damit die ganze Sache erfolgreicher machen. Mein Name ist Gopal, ich bin der Gründer und Erfinder sozusagen von dem ehrlichen Mitteilen, bin Traumatherapeut, Sachbuchautor, Sprecher auf Kongressen und helfe großen Organisationen beim Konfliktmanagement. Wir haben uns unterhalten, um herauszufinden, was denn das Problem eigentlich ist, wenn Menschen sagen, sie können oder wissen nicht, wie sie korrigieren sollen, andere Teilnehmer in lokalen Gruppen. Oder warum das so schwerfällt, das korrekt zu machen oder zu verstehen, wie das geht, weil das ist das, was zu sehen ist, dass das Verständnis dafür über die Materialien, die ich so bisher zur Verfügung gestellt habe, offensichtlich nicht bei allen ankommt. Und ich habe es eben eingangs schon gesagt, wir sind heute auf den Punkt gekommen, woran das liegt eigentlich. Und deswegen bitte unbedingt alle, die irgendwie im EM-Netzwerk aktiv sind, bitte unbedingt dieses Video anschauen, das ist sehr, sehr wichtig. Also das gilt für Gruppenleiter insbesondere, insbesondere für Gruppenleiter, natürlich für Teilnehmer und alle anderen, die da involviert sind. So, was ist der Punkt? Der Punkt ist, dass es um die mentale Ebene geht. Ja, jetzt müssen wir gucken. Ich hatte immer gesagt, der Kern ist das Mitteilen der Emotionen. Es geht ja um diese Verbindung. Das ist das, wo die Transformation stattfindet. Aber der Knackpunkt, um das ehrliche Mitteilen wirklich zu erfassen und zu realisieren und zu verstehen, wie das funktioniert, das ist die mentale Ebene. So, warum ist das so? Weil der Kern des ehrlichen Mitteilens darin besteht, dass wir uns mitteilen, aber ohne mit dem, was wir mitteilen, identifiziert zu sein. Und dafür habe ich ja die Satzanfänge im Merkblatt vorgegeben, damit wir mit jedem Satz uns davon lösen. Jetzt ist es bei Mitteilungen auf der Körperebene, also Körperempfindung und Gefühlen relativ einfach. Ich sage einfach, ich fühle mich traurig oder in meinem Körper spüre ich das und das. Bei den Gedanken ist es aber schwieriger, beziehungsweise da liegt die eigene Schwierigkeit. Wie teile ich die Gedanken so mit, dass ich selber damit nicht identifiziert bin? So, und das ist der Schlüssel dazu. Das heißt, wenn ich das erfasst habe, wie das geht, dann habe ich das ehrliche Mitteilen verstanden und kann es auch weitergeben. Solange ich das nicht erfasst habe, habe ich nicht verstanden, wie ehrliches Mitteilen funktioniert, was der Kern ist und das Prinzip und die Essenz und eben die Magie an dem Ganzen. Ich habe gesagt, fangt die Sätze, die sich auf Gedanken beziehen, an mit, in meinem Kopf ist der Gedanke, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wenn ihr das machen würdet, dann würde das auch alles funktionieren und es gäbe im Prinzip kaum noch Fragen. So, jetzt habe ich gesagt, fangt die Sätze so an. So, jetzt machen das viele nicht und dann sprechen sie von Körperempfindungen, machen das korrekt und dann wird wieder irgendwas mitgeteilt mit Identifizierung, was den Gedanken und den Geschichten, dem Geschichtenerzählen entspricht und dann haben wir nicht den Effekt. So, also worum geht es jetzt? Es geht darum, wenn euch das noch nicht klar ist, das Prinzip von ehrlichen Mitteilen, dann konzentriert euch nur auf die Gedankenebene und übt das ehrliche Mitteilen der Gedanken nur das, bis ihr das auf dieser Ebene erfasst habt, verstanden habt und auch gespürt habt, was das für eine Wirkung hat, wenn ihr so euch mitteilt. Konkret bedeutet das, dass ihr jeden einzelnen Satz mit einem dieser Satzanfänge beginnt und eben nur die mentale Ebene kommuniziert. Das heißt, in meinem Kopf ist der Gedanke, dass ich jetzt einen Audio-Vortrag aufnehme. In meinem Kopf ist der Gedanke, dass ich jetzt was sagen müsste. In meinem Kopf ist der Gedanke, dass da gerade Freude ist. In meinem Kopf ist der Gedanke, dass draußen ein schönes Wetter ist. Also nochmal, es geht darum, um das Lösen der Identifizierung mit den Gedanken. Das mache ich, indem ich vor jedem Satz, mit dem ich meine Gedanken mitteile, eine Floskel setze, mit der ich mich davon löse. Zum Beispiel, in meinem Kopf ist der Gedanke, dass oder da ist gerade der Gedanke an und so weiter. Es denkt gerade das und das und das. Ihr könnt euch eine von diesen Floskeln auswählen. Es gibt noch mehrere, aber es muss das machen, worum es geht. Es muss uns lösen davon. Wir brauchen Abstand dazu. Dann ist es wichtig, dass ihr die Gedanken wirklich mit dieser Floskel so mitteilt, wie sie da sind, statt ein Metakonzept, also eine Geschichte über die Gedankenwelt zu erzählen. Also nochmal, korrekt wäre, in meinem Kopf ist der Gedanke, dass mein Kopf ganz viele durcheinander gehende Gedanken erzeugt. Wenn ich aber sage, mein Kopf denkt lauter wirres Zeug, das ist nicht ehrliches Mitteilen, das ist wie dein Geschichten erzählen. Also nochmal, korrekt wäre, wenn ich Gedanken über meine Gedanken mitteile, dass ich sage, in meinem Kopf ist der Gedanke, dass da gerade ganz viele Gedanken sind. Also wenn das erfasst ist, dann mache ich euch den Vorschlag, übt ununterbrochen nur das Mitteil der Gedankenebene und jeden einzelnen Satz mit der Floskel, die ihr euch ausgewählt habt, beginnen zu lassen. Das würde ich auch festlegen für euch selber, dass ihr da nicht jedes Mal rumüberlegen müsst, sondern entscheidet euch für eine der Floskeln. Mein Kopf denkt, da ist der Gedanke an das und so weiter oder jetzt denkt es gerade so und so und so. Eine von diesen Floskeln und dann alles, was ihr sagt, nur die Gedankenebene und jeden einzelnen Satz damit beginnen lassen. Mein Kopf denkt, dass draußen schönes Wetter ist. Mein Kopf denkt, dass ich gerade viele Gedanken habe. Mein Kopf denkt, dass es mir gut geht. Mein Kopf denkt, da ist ein Gefühl von Freude und so weiter. Nur Sätze so aussprechen, keine anderen Sätze. Und wenn ihr das macht, dann löst ihr euch mit absoluter Präzision aus dieser Gedankenwelt. Das geht gar nicht anders. Und ihr werdet dann sehen, dass dieser Vorgang von der Identifizierung mit diesen Gedanken hin zu der Ausformulierung, so wie ich das jetzt beschrieben habe, das ist am Anfang wie so eine Gehirnakrobatik. Am Anfang, aber eben nur, solange wir mit den Gedanken identifiziert sind. Sobald wir raus sind, ist es ganz einfach und offensichtlich. Aber solange müssen wir es halt üben und uns zwingen diese Sätze sozusagen. Und wenn ihr das nicht macht, wenn ihr andere Sätze sagt, die anders anfangen, das nicht korrekt macht, dann löst ihr euch nicht davon. Dann funktioniert das nicht. Deswegen muss das hundertprozentig so gemacht werden, bis es eben realisiert ist, was das Prinzip ist. Und das würde ich euch auch vorschlagen mit Menschen, die immer wieder ins Geschichten erzählen, zurückfallen oder die Regeln nicht einhalten, wie das ehrliche Mitteilen funktioniert, dass ihr euch die mal unter vier Augen vornimmt und das so machen lasst, wie ich das jetzt sage, wie ich es erklärt habe. Nur die Gedankenebene und jeden einzelnen Satz so beginnen lassen. Und wenn auch nur die kleinste Abweichung kommt, am Anfang sofort unterbrechen und korrigieren. Dann werdet ihr die Menschen dazu zwingen, auf eine Art, das korrekt zu machen und zu realisieren und zu lernen, was ehrliches Mitteilen ist. So, und das ist, glaube ich, die einfach gute Nachricht für heute, dass ich das jetzt auch auf dem Schirm habe, was der Knackpunkt ist, vor allem im Verstehen von dem Ganzen. Und damit hoffe ich, dass wir damit jetzt ein bisschen effizienter vorankommen und dass das Durcheinander aufhört und dass jetzt klarer ist, worum es geht. Und vor allem, wie ihr selber und eure Teilnehmer in kurzer Zeit dafür sorgen könnt, dass das korrekt gelernt wird. Und wenn eben die Lösung von der Gedankenebene passiert ist, dann ist ja der Rest kein Problem mehr. Das passiert dann sowieso. Der Hauptpunkt ist, sich aus der Identifizierung von den Gedanken zu lösen. Wenn das geschafft ist, dann macht ihr ehrliches Mitteilen korrekt. Und dann hat es eben diese tiefe, transformierende Wirkung. Und dann hat es eben diese tiefe, transformierende Wirkung.